Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unseren Finanzen heute am 27. August 2017? Es ist wichtig, gerade auf dem Gleichgewicht achten. Ausgabe, Einnahme soll etwa im Gleichgewicht bleiben, sollen eher um die Rechnungen kümmern und es in Ordnung zu bringen. Wir brauchen gerade Ordnung. Ein größerer Gewinn lässt sich noch warten. Im Augenblick ist noch vieles unklar und undeutlich. Und wenn wir jetzt investieren, dann gehen wir auf ein Risiko ein. Das kann auch Gewinn bringen, aber das kann auch zum Verlust führen. Die Risiko ist gerade zu groß. Lieber abwarten, bis der richtige Moment kommt, weil das nähert sich und es verspricht mehr Gewinn. Wenn jemand Interesse hat, ihre persönliche finanzielle Lage zu verbessern, die richtigen Augenblicke im Leben erkennen, die richtigen Ort zu sein, die Hindernisse erkennen und wie man diese Hindernisse bewältigt, dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.